Willkommen zurück zu malen, die zwei zusammliche Zeit. In letztem Jahr sind wir endlich am Finale angelangt, um den Schubs endlich den Arsch aufzureißen und zweimal endlich den Einsatz. Das ist auch wundervoll. Und wir kommen hier leider nur weiter, wenn die Babys mal die Tür auch hier aufmachen. Nein, nein, nein. Schalter! Oder Knöpfel sind eben zum Drücken da. Und hier sind auch noch Blöcke. Was haben wir hier alles so drin? Blume? Okay, können wir auch gebrauchen. Und okay, perfekt. Perfekte Ausstattung. Und hier noch für Bode. Uh, schlup. Und erstens. Das Schloss besteht aus den Super Mario Blöcken. Okay, das ist ein schönes Detail. Das fällt mir eigentlich zum ersten Mal auf, aber das sieht ja echt cool aus. Oh, das Schloss ist aber ganz schön groß. Schmeichert. Wie sieht es hier so aus? Ja, genau, einfach so, dass das zu aus dem letzten Kampf steht offen. Vorwärts Mario und Baby Mario. Vorwärts Luigi und Baby Luigi. Das heißt, Peach ruft aus dem Schloss, was euch verlassen nach euch. Als ich höre nichts. Immer noch nicht. Ne. Ich glaube, sie haben sich da vertan. Aha. Okay, das sieht so aus, als würdest du die ganze Lüxie hier aktivieren, um weiterzukommen. Oh, dieses Vieh ist die Lüx-Version, glaube ich. Höh! Rex! Wow! Ja, das ist die Lüx-Version. Waaah! Lippe! Rexes sind doch schwach wie Spögel. Ja, sind sie. Ich hab doch geschlagen. Betrug. Das geht's. Bam. Hier noch ein Sprung. Und noch einer. Noch einer. Und ich fris den nächsten. Ich hab noch ein paar übrig. Bam. Hä? Vielleicht ist es mir gerade noch ein oder lagts schon wieder. Wenn ja, krieg ich gleich Krise. Weil da hab ich wirklich alles probiert. Ja, es fängt wieder an zu laggen. Ist doch eigentlich nichts witzig, oder was? Ist keiner aus der Lekompad in Halt? Ja, genau. Das sehe ich auch bei der Geschwindigkeit passiert. Ja, aber... Stürb bitte. Danke. Ja, genau. Ja! Kannst du mit dem Sterben gehen? Kauf an, Christian Mario. Gibt's ein... Immer noch nicht. Bam. Kannst du es mit dem Sterben gehen? Für dich brauche ich keine Fahrteile überschwinden. Danke. Eine Güte. 535 IP. Alter. Und nun jetzt. Und plus level up. Das muss mir Mario schlägt wieder zu. Jupp, Angriff. Yes. Fünf. Und der Lappen-Leveler E.G. Ist auch dabei. Er ist ja nur gut bei der Geschwindigkeit. Aufrufe an. Ist ja nur gut bei der Geschwindigkeit. Ja, perfekt. 5-5 für beide Brüderchen. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Und hier gibt's doch noch... Nein. Hefe. Schwer rein. Ah, danke. Gott, war das klar. Hefe, Hefe. So. Gib euch. Nee. Mario verbraucht jetzt immer 2. Das ist halt wirklich nicht so gut. Das ist ja ein normaler Spruch. Das hier da echt was mit nichts ist. Oh, leil. Eieieieiei. Egal. Lumenix. Los geht. Eien. Fuck. Einmal ein falsches Knopf getrunk. Äh. also das ja noch aber hast du weh so und da noch und das so wie dran und das ist und das war nicht wie mario und das war mario also reichig ja es ist locker aus und jetzt kein blumen ist wieder aber nur 1 2 aber besser ist nichts und wo der pcx auch um drauf und gegner und ich ist so wundervoll die kassel mal kurz sein das ist echt praktisch wenn du nicht abkassest wenn ich immer das schlecht verziehlich soweit die gerade echt alle was auf dem kasten haben das mit mario den richtig krassen blumenmixen hier die alle kraft und die ultimative aber raus alt ist groß das war viel schaden der teilwieser und darüber schon wer der größe zu hier noch gar nicht ja genau ja die sind viel zu groß ich habe mir die jemals normale one-up-its eigentlich verwendet ich glaube nicht so wie alt ist das ne ich krieg dich da 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 wow alter ouch was machen wir da am besten eigentlich das auch bliebe ich krieg die krise und warum die hat ja fast gar nichts aus was sind das geladen dafür geben sie sehr viele p aber es hat schon wieder gelegt warum und dann später es nervt es nervt ein bisschen stutscht man sagt genau ähm der grünen alles ist so ein jetzt wieder aus der wüste Dann fahrt mal schnell los Baby Fabio und Luigi Fahrt, fahrt Wie er noch nie gefahren soll Wunderbar Wunderbar ist so chillig Und durch So nochmal durch So, einkommen Er hat einfach so entspannend So Aktiviert Die Die Babys gehen das da runter Weichen den ganzen Toppen aus, damit wir sie dann Allgemeinsam besiegen können, weil wir Gebeis in den Platz kommen, gehen dann Das rein Und wir können doch noch ein Kack Ähm Winke Weil das packt die wirklich nicht Das packt die nicht Die braucht nicht Ne, lecker, die können darum träumen Dass sie diesen Gehter besiegen, aber Das werden sie nicht können Dafür ist der Gegner zu stark Brüder mal wieder und Auf dem Weg zum nächste Kanone Okay, ist super Stimmt, den haben wir gar nicht Ein Sternreich, glaub ich, gefunden, oder? Gefunden, oder? Ein Sternreich, ne, ne, ne Nein So knapp Mario Und Mario ist gleich gut Und Luigi auch Oh Gott Und Mario ist tot Eieiei Das sieht nicht gut aus Ne, ich hätte vielleicht heilen sollen Ich komme jetzt einfach ganz schnell durch Aber Das sah nicht so aus Da Nehmen beide den Ultratau Weil sonst Kratzen die mir ab So Autsch Ja toll, es ist lange noch verkifftet Schon wieder ein Zug verschwindet Das kostet mich immer so an, wenn ich auf diese Eine Taste kommt Und da verschwindet man immer gleich den Gartenzug Aber Da muss ich jetzt eine Runde-Taste benutzen, weil Ich versuche jetzt nur einer ohne zu besiegen Ich klingt, dass es möglich sein wird, aber Okay Probieren geht überstudieren Ja, jetzt habe ich den Rückschlein Ja Habe ich was gesagt Obwohl Es geht Oh shit Und diesmal Wird hier nichts mehr rausgekommen Aber die haben wir eh nicht viel Dann kann ich lieber den an Komm mach'n kalt Wollte mir noch weg Abkratz Mario Oh Noch ein Stück Perfekt Und ich Du beendest den Sprung Ja genau Mario Es geht verarbeitet Und jetzt werden die beiden heilen Und wir kriegen ja einen Ultratau sogar Den wir benutzt haben Ist immer besser So Das wollte ich nicht BAM BAM Ich soll jetzt darüber gehen Genau Babys sind schon bereit Und perfekt Und es sich soll jetzt auf platzen Genau Genau Ähm Ja die Am besten wenn wir jetzt Babys Äh Nicht Babys Erwachsene Hol'n uns die Glöcke Und Schau'n uns das mal um Warum machen wir den ganzen Gegner Weil wir auch ganze Zeit glaube ich Je nachdem ich den wir gebrauchen können Wie lange Wie lange Was ist denn das? Ein Geist Ein Buh Ein Scheibuch Ja Ha Wir treffen euch Wir treffen euch Wir treffen euch Wir treffen euch BAM Das ist nicht gedacht Ja Nur Das ist der Streichste Was wir aktuell haben Also nicht aktuell Wir haben uns Noch was stärker jetzt Aber die geht da jetzt Das ist das stärkste Und ich habe keiner Warum Lebanese so Ich kann das gleich nochmal Ein Part nachschauen Zumindest das kann nur bei der Part Das ist doch nicht einen Part Wie im Part 29 Ich dachte das ist weg Das war es dir eigentlich auch Das war eigentlich weg So macht Spielen einen Fass, wenn sowas passiert, das macht keinen, macht keinen Fass, Mann. Obwohl das eigentlich ganz klar für Vorteil war, damit können wir das so locker, easy, mit dem alle vernichten, ne, fressen, Schaden und Ende, aber, ach, sei's. Ah, ganz klar, der eine steht grad noch so. Der sah schon an Kompi, hat sein. Ja, bis, und, ciao, war doch nicht, aber jetzt, und, ciao, geht doch. Geh mir das ein Level ab, heute ist es echt viel auf, die wir es gerade auch bekommen haben. Ja, kriegen wir, ne, 25 für Mario, plus 4 bei Angriff, krass, sehr halt aus. Plus 6 bei Geschwindigkeit, Mario, bei dir läuft's. Und bei Luigi hat ebenfalls, weil er übt sich die Werte auch sehr solide. Und wir kriegen ne 2 bei Angriff, das ist auch sehr schön. Dann gehen wir mal weiter. Eigentlich wollte ich jetzt komplett weitergehen. Outsch. Outsch. Oup, geht's doch weiter? Nein. Alter! Vielleicht sind's zu viele Gegner. Das kann doch auch sein. ja alter ist groß hoho One-Hit einfach weggeburnt wir hatten keine Chance die Blöcke brauchen wir noch drei Trampoline perfekt umpacken Leute ich glaube es wird mal wieder Zeit dass die genere Paradaunt sei winke winke Mario es wird Zeit mit das Paradaunt sei Paradaunt sei oh yeah es läuft mit dem Paradaunt sei hat es euch geht angekehrt und noch ein Supertau eingeheizt ja besser könnte es laufen und ich stopfe doch drunter das ist Mario gutes geht eigentlich aus ausgewichen war 500 alter das ist viel das ist verdammt viel okay so schauen wir uns hier noch um weil hier drin war wäre es nicht so Geld und und was ist der anderen Dinger drin ich glaube in einem ist würde in müssen eines ist es ist noch mehr als einer als Gegner hier holy moly die wollen wirklich dass man level und folgen folgen wir mal ihren Ratschlag das wird sich glaube ich schon so anleiten und und ich habe nicht nicht mehr viel das ist das ist das war sogar angepasst fach ab dem teil jungs ja nun ist keine ahnung es ist heute ja toll das war ich komplett zurück muss aus welchen die peter geschaut aber einmal war noch mal wir haben sehr viele probierungen da also warum nicht alles ist ganz echt komisch ich schaue das spieler noch mal nach dem anwalt ist richtig was ich habe wieder letztens war mir das schön flüssig und jetzt soll doch einmal mehr können sich das system bald mal entscheiden durch die verarbeitet das gift aber wenigstens eine kopierblume kriegen wir wieder ist schon mal schön drei kopierblumen bekommen wir im gegend zwei rote pfeffer es war es hier unten ein bisschen ein paar viele kämpfe in dem bad heute obwohl das ist eigentlich ich weiß wirklich woanders liegt also ich schaue es ist der emulator also das ist nicht mein auch der programm sondern der emulator ist aber keine ahnung warum ich weiß es leid aber den erledigt und auf zum nächsten auch gott ja toll ja mario insel vergiftung ja da hat man ja voll irritiert ja geh auf luigi und ja gleich wird die form Oh, Luigi war wieder. Gute Waffe, Luigi. So, und auf euch mag es den roten Panzer und dann. Können wir eigentlich ein paar Bänden? Selbst wenn es das an diesem Tag wieder ein Blank ist. Wer ist irgendwo in den Gang? Ich weiß zwar nicht warum, aber ich überprüfe es ja mal. Ach Gott, ich hab jetzt gedacht, wir können das einfach ganz schnell gehen. Nein. Ja, gib mir noch ein Small. Oder was gibt's? Ja, genau. Lass Mario nur abkratzen. Was ist der echt? Ob noch ein Level ab zum Prost? Dann halt nicht. Halt zu hinterlassen, liken, abonnen und kommentaren, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Magen und zusammen durch die Zeit im Schloss des Shroobs. Ciao. Bis zum nächsten Mal.